So, hallo und schön, dass ihr wieder mein Video angeklickt habt. Ich versuche euch jetzt einmal ein bisschen das Flanken zu zeigen. Manchmal klappt das, manchmal nicht so, aber mal sehen. So, erstmal gucken. Hier rechts. Ah, ich hab wirklich geschossen. Ja, ich versuche mal quer über die Brücke zu laufen. Das machen die wenigsten, da rechnet auch keiner mit. Lass mich durch, lass mich durch. Ah, nein, nein, hör auf, hör auf damit. So, da bin ich. Eins. Na los. Zwei. Jetzt schnell nach oben, bevor die mich sehen. Hopp, 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 hopp. Ah, hier ist noch einer. Da, eins. Und, was ist da? Da liegt geschossen. Zwei. Na los. Auf die andere Seite muss ich irgendwie kommen. Ich häng fest. Was ist das? Ah, hier ist noch einer. Da liegt noch einer. Der ist schon tot. Ah, jetzt versuche ich mal nach hinten zu kommen. Praktisch. Das nennt man jetzt Spawn-Killer. Unbeliebt. Hehe. Na, warte. Hier war doch noch einer. Oh, da ist keiner. Da liegt noch einer. Jawohl. So, jetzt hoffen wir mal, dass die anderen nachgekommen sind. Damit ich ja gleich ein bisschen Deckung habe. Weil ein Sunny dabei ist. Jawohl. Ah, alle nachgrößen. Siehst du? So funktioniert das. Einer muss vorlaufen und der Rest rückt nach. Versuchen wir hier mal jetzt weiter durchzukommen. Gucken, ob ich hier wieder runterkomme. Was ist los? Da ist schon einer. Oh nein! Was soll das denn? Ich wollte... Oh Mann, ey. Ich wollte da auch durch. Ah, schade. Na gut. Sunny? Sunny? Ne, aber... Der macht natürlich wieder nix. Der guckt nur blöd. Ach Mann. Anstatt da jetzt ihm zu helfen. Der macht doch sowieso keine Kills, oder? Ah, setz dich da doch drauf. Ah Mann, ey. Na gut, dann versuche ich es jetzt nochmal von dieser Seite. Sunny hat ja seinen Job nicht gemacht. Gucken. Wie wir mal ein B einnehmen können. Nein, vorsichtig. Hier ist alles... Alles voll. Äh... Da blinkt irgendwas rot. Ich sehe aber nichts. So einen Scheißsmall. Ja, Granate. Granate. Da ist man hier in Deckung. Taktisches Warten. Ja, dann habe ich... Wo ist er? Wo ist er? Da wollte er bestimmt noch die Treppe holen, oder? Jawohl, da war er. Eben kurz warten und dann kriegt man seinen Abschuss auch. Da ist nix. Da unten ist nix. Mission. Und da... Schauen. Los. Die anderen mal nachrücken. Ja. Sauber. Die rücken nach. Aua. Was soll das denn? Ich weiß gar nicht, wo es herkommen ist. Panzer? Aber... So, aua, 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 aua. Weiter. Hier durch im Gucken. Alles frei. Wie eingenommen. So, dann... Versuchen wir jetzt mal... ...on unsere Seite zu kommen. Ja. Sani. Ich versuch dann jetzt immer von hinten hier rein zu laufen. Gucken. Das müsste bestimmt klappen. Die rechnen bestimmt alle damit, dass man durch die kleine Gasse von rechts, die hier parallel läuft, ruhig laufen. Panzer. Panzer benutze ich erstmal als Deckung. Ja. Flanke. Flanke. Ah, jetzt geht's ab, oder? Hier stehen schon welche. Panzer helfen. Hier, da. Panzer wird schon geschossen. Da eins. Und da rein. Ah, ey, hier ist ja alles voll. Das gibt's ja gar nicht. Ah, die sehen mich nicht. Die haben mich noch nicht gesehen. Nachladen. Und? Da oben, ja. 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 Sani, ja. Noch einer. Ha, geil. Das gibt's doch gar nicht. Die sehen mich nicht. Warte. Smoke. Da ist auch noch einer. Jawoll. Ja, da oben nicht. Hier. Schnell nachladen. Ah. Wo seid ihr? Wo seid ihr alle? Hilfe. Ah, nun kommt. Wo seid ihr denn? Da ist wieder einer. Wollen warten. Ah, Digamit. Alle Fälle. Ja, eins. Zwei. Jawoll. Nachladen. Die beiden Kollegen da helfen auch nicht mehr. Drei. Ja, los. Bagger. Vier. Wollen da schon fünf? Von Granate hin. Nachladen. Ich hab ne Granate für dich. Ja, weiter, weiter. Ah, das andere sind jetzt nicht zu machen. Wo sind sie? Na los. Zeigt euch. Ja. Jawoll. Die sehen mich immer noch nicht. Ja, sauber. KD steigt. Ja. Headshot. Ist da noch einer? Wo sind die? Sunny. Okay. Eins. Jawoll. Ich seh zwar nichts, aber das klappt. Ah, nein. Da war dann doch noch einer. Den hab ich nicht gesehen. Das war bestimmt die Killcam, die mich jetzt verraten hat. Mal gucken, ob jetzt noch ein Sunny kommt oder sowas. Los. Ja. Nix. Hilfe. Ah, die letzte Runde. Letzter Kill oder was? Ja. Aber war doch schön, oder? Das hat doch mal richtig gut geklappt. Ähm. Ja, bei den meisten klappt das dann. Meistens klappt das nicht so gut, aber manchmal hat man eben, da passt denn wirklich alles. Oh ja, hier, da links bin ich. Der Offizier im Trupp. Bester Trupp sogar. Freut mich doch. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und mich vielleicht, mir vielleicht ein Abo gebt. Und ich sag erstmal, Tschüss, ich bin raus. 登 mal vor. Brazil. Vad ist? Woah. вкус. Quadiert werden kann ich nicht.